Seit mehr als drei Wochen war es ungewöhnlich heiß im Einhornland Arcadia. Die Schüler der Einhornschule, die Wolke und ihre Freunde besuchten, vergaßen langsam ihre anfängliche Freude über das wunderbare Sommerwetter. Zum Glück hat uns das Trihorn endlich Hitze freigegeben. Ja, wurde aber auch Zeit. Genau. Ja, klasse, oder? Was wollen wir mit der freien Zeit anstellen? Wir könnten hinunter zum Strand gehen und dem Meer des Schweigens planschen. Aber dort gibt es gar keinen Schatten. Der Sand ist sicher sehr heiß. Außerdem gehen bestimmt alle an den Strand. Und die guten Plätze sind weg, bevor wir dort ankommen. Ja, stimmt. Aber schaut mal, der Baum direkt am Bach ist noch frei. Da ist es schön schattig. Dort können wir in Ruhe überlegen, was wir machen wollen. Gute Idee.